Buddhismus und spirituelle Ökologie von Kariya Sukrung Dieser Beitrag erschien am 10. Juli 2005 in der Zeitung The Dhamma Times. Die deutsche Übersetzung ist von Horst Gunkel. Buddhismus und spirituelle Ökologie Um zu erfahren, wie sich Buddhismus zu Natur, Naturschutz und nachhaltige Entwicklung verhält, fuhr eine Gruppe amerikanischer Lehrer im Sommer 2005 in den Norden Thailands, um an einer Übung in spiritueller Ökologie teilzunehmen. Zwar dauerte der Kurs nur eine Woche, aber der Stoff war ausreichend für einen ganzjährigen Lehrgang. Mitunter wurden die täglichen Übungen in einem Wald am Seeufer durchgeführt, dann wieder auf der Spitze von Kalksteinfelsen, manchmal in einem abgelegenen Dorf in den Bergen. Doi Chiang Dao Ein Berg, den das Volk der Chiang Mai als heilig verehrt, war ein äußerst passender Hintergrund für ein ungewöhnliches Programm mit dem Titel »Buddhismus und Bewahrung auf der Basis gemeinschaftlichen Handelns«. Bei diesem neuartigen Gemeinschaftsprogramm zwischen amerikanischen und Thai-Erziehern stellte man sich der Herausforderung, eine Brücke zwischen Ost und West zu schlagen. Und die höchste Lehrerin dabei war niemand anders als Mutter Natur selbst. Für diese sieben Tage kehrten zwanzig Sekundarstufenlehrer auf die Schulbank zurück. Sie gingen auf Trekkingtour, unternahmen Sitz- und Gehmeditationen, lauschten in Dhamma-Vorträgen eines buddhistischen Mönchs, verschlangen die Geschichten von indigenen Dörflern des Volkes der Karen oder saßen einfach still und sahen den vorbeiziehenden Wolken nach. Und wenn man aufgrund des Abschließensberichts urteilen darf, hatte jeder von ihnen einen reichhaltigen Schatz von Weisheiten in den Lektionen gefunden, die ihn der Wald erteilt hat. Zitat Mir gefiel der Tag ganz außerordentlich, an dem wir in den Wald gingen und aufgefordert wurden, über die Natur zu kontemplieren. So sagt Maria Schwarz aus Ohio. Und weiter Ich weiß jetzt, daß wir so sein müssen wie die großen Bäume des Waldes, wenn wir wirklich in Frieden leben wollen. Damit sie so groß und mächtig werden können, müssen sich ihre Wurzeln tief in den Boden hineinarbeiten, bis hinunter zum Grundwasser. Nur so gelangen sie immer an den erfrischenden Quell des Lebens, unabhängig davon, was sich draußen zuträgt. Und wenn ich auf mich selbst sehe, dann weiß ich jetzt, dass ich mich noch immer verbunden fühle mit den Karren und ihrem Leben, das sich ganz um den Reisanbau dreht. Und Randy Merker aus Nevada ergänzt, Es ist eine große Ironie, dass sich die Amerikaner trotz all der Technologie kaum mit dem Rest der Welt verbunden fühlen. Die meisten von uns verlassen niemals unser Land, und wir tendieren dahin, den Medien zu glauben, was mitunter zu Vorurteilen und Konflikten führt. Aber hier habe ich eine persönliche Verbindung mit den Völkern der Thai und der Karren aufgebaut. Und ich bin mir sicher, niemand kann mir jetzt noch etwas über diese Völker vormachen. Den letzten Satz ergänzt sie mit einem breiten Lächeln. Solche scharfsinnigen und ehrlichen Einsichten erfreuten Chris Myers, den Leiter der Earth Expedition, den amerikanischen Partner bei diesem Joint Venture. Thailand ist ein Reich und einzigartig in seinen natürlichen Ressourcen, seinem Tierleben und mit seiner Bevölkerung, sagt Ich bin tief beeindruckt von der Gemeinschaftsarbeit, die hier geleistet wird, ganz besonders in den Feldern von Naturschutz und Erziehung. Ich denke, wir könnten uns daran ruhig ein Beispiel nehmen. Die Werte und die Philosophie des Buddhismus bieten nicht nur eine gute Grundlage für die individuelle Entwicklung, sondern liefern auch ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie dies zum Nutzen der Erziehung auf Gemeinschaftsbasis und für den Naturschutz angewendet werden kann. Jedes Jahr erhält eine Gruppe von Doktoranden im Rahmen des Drachenflugprojektes der Universität Mayatme die Chance, einige Zeit im Ausland zu verbringen. Dieses Jahr war Thailand an der Reihe. Um sich der Verantwortung stellen zu können, tatsächlich den Geist des Königreichs erspüren zu können, erbart sich Myers die Hilfe seiner Freunde in Thailand. Darunter waren Akademiker und Aktivisten der Bewegung Grüne Welt in Bangkok und des Kuanmuang-Instituts in Chiang Mai. Alle stimmten darin überein, daß eines der Glanzlichter dieser Woche ein Tagesausflug mit dem Mönch Fra Faisan Visalo in den Regenwald war. Aber warum eigentlich diese merkwürdige Verbindung zwischen Wald und Buddhismus? Was einzigartig an Thailand ist, sind der Buddhismus und die Bevölkerung, erklärt Mayers. Ein Verständnis von Naturschutz in Thailand ist nicht möglich ohne Einsicht darin, wie der Buddhismus sich zur Natur verhält. Der Buddhismus verfügt über Zugänge, die die Reflexion über uns selbst ermöglichen und über eine gesunde Beziehung zwischen uns und anderen, einschließlich der Natur. Und seine thailändischen Kollegen stimmen zu, das menschliche Moment ist ein Muss. Zitat Um für den Naturschutz zu arbeiten, benötigen wir eine Veränderung des menschlichen Bewusstseins. Wissenschaftliches Verständnis und Technologie allein können uns nicht in die Lage versetzen, wirksam Naturschutz zu betreiben, sagt Sorayot Ratanapoyurat, Direktor des Thai-Programms für spirituelle Gesundheit. Lernen auf der intellektuellen Ebene, also Lesen, Denken, Erinnern, ist bei weitem nicht genug. Wir müssen uns ein völlig neues Bewusstsein erarbeiten, eines, das erschaffen wird, durch inneres und spirituelles Lernen. Im weitesten Sinne, so fährt Sorayot fort, zeigt der Terminus spirituelle Ökologie auf, wie Menschen Wert und Bedeutung in ihrer Umwelt finden können. Das ist in der Tat eine der frühesten Formen des Lernens und in einigen Kulturen wird sie immer noch von Generation zu Generation weitergegeben. Nehmen wir zum Beispiel die Karen. Jedes Karenkind muss genau wissen, wo die 32 Quangen, das sind Lebensgeiste, im Wald residieren. Einige, so glauben sie, leben in Bäumen, einige in Tieren, andere in Felsen. Und jedes Kind lernt, dass die Zerstörung dieser Horte der Karen zum Ende des eigenen Lebens führt. Spirituelle Ökologie ist ein experimentelles, kontemplatives und partizipatives Lernen, so Sorayot. Es ist die Erziehung in der ersten Person, bei der man den eigenen Körper und Geist als Hilfsmittel benutzt, um über die Welt und das Wesen der Dinge zu lernen. Jede Einzelne muss eine tiefgreifende Erfahrung und Kontakt mit dem Subjekt des Lernens haben, um in der Lage zu sein, mit sich selbst in Beziehung zu treten. Auf dieser Grundlage wird es möglich sein, ein tiefgreifendes Verständnis zu entwickeln und das rechte Bewusstsein dafür, wie wir die Natur sowohl nutzen als auch bewahren können. In dem Moment, in dem die Verbindung zwischen spiritueller Weisheit und Wildnis zuerst auftauchte, wurden viele dieser amerikanischen Lehrer und Lehrerinnen an ihren Landsmann Henry Thoreau erinnert, jenen Transzendalisten, der sich für zwei Jahre in die Waldeinsamkeit zurückgezogen hatte und später das bekannte Werk Walden über die tiefen Einsichten schrieb, die er dabei gewonnen hatte. Und obwohl es nur einen einzigen Tag dauerte, muss der Trip durch die Wälder von Chiang Dao den amerikanischen Besuchern einen Geschmack von der transformierenden Kraft der Natur vermittelt haben. Die Wahrheit teilt sich zu jeder Zeit und überall mit. Es liegt einzig an unseren Herzen, sie zu reinigen, sagt Frafaisan Vizalo, der Mönch, der Autor und Umweltschützer, der die Gruppe auf die Bergspitze führte, um das Kloster Papangmao zu besuchen. Es gab Fälle, in denen Mönchen plötzlich Erleuchtung erreichten, als sie Blätterfallen sahen oder Wolken am Himmel ansichtig wurden. Für Frafaisan zeigen Blätter die Vergänglichkeit aller Dinge. Genauso das Ziehen der Wolken, tägliche Demonstrationen, des gegenseitigen Verbundenseins und der unaufhörlichen Transformation aller Wesen. Um diese Ebene des Verständnisses zu erreichen, ist natürlich einiges an Übung nötig. Aber dieses Training hängt nicht von den religiösen Glauben ab, dem sich jemand zugehörig fühlt. Es ist auch nichts speziell Esoterisches. Jeder Anfänger in der buddhistischen Philosophie kann einfache Dinge lernen, an einfachen Dingen seine Achtsamkeit zu üben. Als Teil der Achtsamkeitsübung in der Natur wurden die Lehrer und Lehrerinnen angewiesen, langsam hinter Frafaisan herzugehen und achtsam auf jeden Schritt zu sein, den sie unternahmen. Verbringt einige Zeit in einer natürlichen Umgebung und euer Geist wird die friedvolle Natur um euch herum absorbieren. So kommt ihr zur Ruhe. So sagt er ihnen. Und? Um die Wohltaten der Natur zu genießen, müssen wir auf ihre Äußerungen und respektieren. Viele Touristen aber gehen in die Wälder und unglücklicherweise bringen sie ihr all elektronisches Zeug mit, um sich selbst in Besessenheit zu versetzen, oder aber sie reden, singen oder spielen Musik. Nach einer Weile gebot der Mönch in Einheit und forderte jede und jeden auf, sich einen Platz zu suchen, wo er oder sie alleine sitzen konnte. Nehmt die Stille einige Zeit in euch auf, so sagte er. Danach kontempliert ihr eure momentane Situation oder die Verfassung eures Geistes. Abgesehen vom Rauschen der Blätter und dem Summen der Insekten im Hintergrund ist alles still. Und danach erhob Frafaisan seine Stimme. Wählt jetzt ein natürliches Ding um euch herum aus, ganz egal, einfach das, was euch besonders interessant erscheint, und kontempliert darüber. Versucht herauszufinden, ob es eine Wahrheit oder eine Botschaft für euch hat. Und am Ende dieser Frischluftübungen waren die Offenbarungen, die die Gruppe entdeckt hat, ebenso unterschiedlich wie bemerkenswert. Hören wir einige Aussagen. »Ich sah mich als ein unbeweglicher Felsen, streng und sich selbst kontrollierend,« sagte eine. »Nichts anderes als das. Ich weiß jetzt, daß Felsen zu Stücken zerbrechen können. Sie können sich in der Einfluss von Wind und Wasser bewegen. Ich bin nicht mehr sicher, daß ich mich unter Kontrolle habe. Tatsächlich unterliege ich Wandel und Unbeständigkeit.« »Oder?« »Als ich in der Stille saß,« sagte eine andere Teilnehmerin, »hörte ich die Bewegungen der Blätter.« »Dann bemerkte ich, daß das das Ergebnis des Windes war.« »Der Wind kann Blätter, Äste, Pflanzen bewegen, ohne daß man ihn sehen kann.« »Manchmal geschehen Dinge, ohne daß man sieht, wie.« Einige andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdeckten Ähnlichkeiten zwischen sich und manchen Pflanzen, insbesondere den Schlingpflanzen. Beide, Menschen- und Kletterpflanzen, müssen flexibel sein, machen graduelle, aber stetige Fortschritte und benötigen entweder starke Wurzeln oder ein Wurzelgeflecht mit Artgenossen, um zu wachsen und eines Tages das Sonnenlicht oben auf den Bäumen zu erreichen. An diesem Zeitpunkt begann Frau Faisan über die Vorteile zu reden, die die Natur uns zu bieten hat. Natur ist ein großes Reservoir von Weisheit und Ethik. Wenn dir beispielsweise alles hoffnungslos erscheint, dann zieht er die Bienen an. Diese kleinen Geschöpfe verlieren nie ihren Mut. Wenn jemand ihnen beispielsweise ihren Lebensmittelpunkt, ihren Bienenkorb, wegnimmt, so sterben sie weder, noch lassen sie in ihrem emsigen Bemühen nach. Was also machen sie? Sie machen einfach weiter und bauen einen neuen. Wenn man hinausgeht und Ermutigung oder moralische Unterstützung in der Natur sucht, so funktioniert das immer, fügt er hinzu. Was wir also machen sollten, ist unsere Herzen zu öffnen, um die Weisheit und die Lehren zu sehen. Von den Wäldern sagt man, sie seien heilig. Viele buddhistische Mönche, angefangen von den Zeiten Buddhas bis zum heutigen Tag, wurden erleuchtet während ihrer Pilgaturen im Wald. Ein Beispiel hierfür war Fra Ajahn Mun Buridatta Mahatera, der von 1870 bis 1949 lebte, ein hochverehrter Waldmönch, von dem man sagt, er habe Erleuchtung erreicht, als er vorübergehend genau hier auf diesem Berg weilde. Fra Phaizan unterstrich, dass der Buddhismus einzig und allein eine Lehre der Natur ist. Er sagte, Buddhas Leben war eng verbunden mit der Natur. Er wurde geboren unter einem Baum, er wurde erleuchtet unter dem Bodhi-Baum, und während seiner 45-jährigen Lehrtätigkeit lebte und lehrte er im Wald. Ja, selbst im Moment seines Todes lag er unter einem Baum. Der Buddha wies die Mönche an, von der Natur zu lernen. Er sagte oft, dass der Dharma die Natur sei. Und daher kann Naturschutz als eine Pflicht der buddhistischen Mönche und der Leidenschaft angesehen werden. Eine Erfüllung ihrer Verantwortung, die Quelle der Weisheit zu schützen. Das ist der Grund dafür, dass es bereits eine lange buddhistische Tradition gibt, in der die Mönche Pilgertouren in die Wälder veranstalten und dort ihre Klöster gründeten. Die Natur hat mehr mächtige Weisheit, als es irgendein Gebäude oder sonst etwas Künstliches anbieten kann, sagt Fra Phaizan. Und auf einer weltlichen Ebene, so fuhr er fort, versorgt uns die Natur mit unserem Grundbedarf, Nahrung, Kleidung, Obdach und am wichtigsten Sauerstoff und Wasser. Die Qualität der Natur determiniert die Qualität unseres Lebens. Neben und über den rein physikalischen Segnungen verlöckt uns die Natur zu sinnlichen Freuden. Eine Qualität, die heutzutage mehr und mehr für den Konsum der Touristen vermarktet wird. Fra Phaizan sagt, Für uns bedeuten die allumfassenden Segnungen der Natur, dass wir sie als Lehrerin ansehen sollen und nicht als Rohstoff für Wirtschaftswachstum, geistlosen Konsum und Ausbeutung. Wenn wir uns diese rechte Ansicht zu eigen machen, wird es schwer, vielleicht sogar unmöglich, die Natur, unsere Lehrerin und Mutter, zu missbrauchen. Gleichgültig, ob du mitten in der Großstadt wohnst oder auf dem Land, du kannst immer wieder eine Verbindung mit der Natur herstellen und von ihr lernen. Himmel, Wind, Mond, Sterne, Blumen, Felsen, Gras, Bäume, Tiere und Menschen, All das enthält einige Perlen der Weisheit. Hier sind einige Tipps, wie man seine Sensibilität gegenüber der Weisheit der Natur erhöhen kann. Suche dir einen Ort vorzugsweise in einer natürlichen Umgebung, wo du ungestört sitzen und kontemplieren kannst. Das kann ein eigener Garten sein, ein Park, die Küste oder ein uriger Platz in völliger Abgeschiedenheit. Es könnte sogar eine Großstadtstraße während der Hauptverkehrszeit sein. Sitze ganz still und ruhig, mindestens fünf Minuten, auf jeden Fall aber so lang, bis du dich ruhig und friedvoll fühlst. Dann nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dir über deinen derzeitigen Zustand und den Zustand deines Geistes klar zu werden. Dann schau dich um, was dich an Natur umgibt und wähle dir eine Sache aus, die du am interessantesten findest. Das kann ein Busch sein, ein Vogel, ein Stückchen Sand, einige Muscheln, was auch immer. Selbst wenn du in der Mitte eines gigantischen Verkehrsstaus steckst, kannst du immer noch zum Himmel emporsehen, zu den Wolken. Oder du fokussierst dich auf einen Baum am Straßenrand, ja vielleicht sogar ein Insekt an deiner Windschutzscheibe. Such dir etwas auf und konzentriere dich eine Weile darauf. Kontempliere seine Bedeutung und decke die Weisheit, die es dir kommunizieren will. Wenn du das zum ersten Mal machst, wirst du Schwierigkeiten haben, dich zu konzentrieren. Aber bei wiederholter Übung werden die Einsichten aus der Natur sich dir schnell und klarer offenbaren. Und nimm dir hin und wieder die Zeit, rauszukommen in die tatsächliche Wildnis. Denn, so fraff er es an wie Salo, tief in den Wäldern ist der Ort, wo die Kraft der Weisheit und die Einsicht, die diese vermitteln, am intensivsten ist. Mit dem, wie die Welt dieắtte die Weisheit und wie die Weisheit untertitelt. wie sie uns hier. Schließlich in die Welt